Erneut, liebe Freunde der gepflegten Presseanfrage, ich habe weitere Presseanfragen gestellt und verlese euch hier die Antworten. Sehr geehrter Herr Schäfer, die Anfrage beantwortet das Ordnungsamt, also nicht das Gesundheitsamt wie sonst meistens, sondern das Ordnungsamt. Frage von mir, bitte teilen Sie mir mit, in wie vielen Fällen die Landeshauptstadt Dresden bisher Bußgeldbescheide im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, versandt hat? Antwort Der Bußgeldbehörde Dresden liegen 154 Anzeigen wegen Missachtung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vor. In 82 Verfahren wurden bereits verwahren Bußgelder an die Bürger verschickt. Der Großteil der restlichen Verfahren läuft noch, da dem Bürger vor Erlass eines Bußgeldbescheides eine Frist zur Stellungnahme eingeräumt wird, in Klammern Anhörungsverfahren. Nächste Frage In wie vielen Fällen haben die Betroffenen, in Klammern nachträglich, Klammer zu, ein ärztliches Attest vorgelegt? Antwort In vier Fällen wurde nachträglich bei der Bußgeldbehörde ein ärztliches Attest, sowie in drei Verfahren ein Schwerbehindertenausweis eingereicht. Die Ordnungswidrigheitenverfahren wurden daraufhin eingestellt. Interessant Wenn man bedenkt, dass unter anderem auf Demos die Atteste einkassiert wurden und dann Strafanzeigen gestellt wurden, wegen vermeintlicher Fälschung von Urkunden. Nächste Frage In wie vielen Fällen wurde Widerspruch eingelegt? Antwort Es liegen sechs Einsprüche gegen Bußgeldbescheide vor. Nächste Frage Wie hoch sind die Einnahmen der Landeshauptstadt diesbezüglich? Es wurden bisher verwahren Bußgelder in Höhe von 4100 Euro verhangen. Ich hätte es gesagt verhängt, aber egal. Nächste Frage Bitte teilen Sie mir zudem mit, wie viele Bußgeldbescheide bisher im Zusammenhang mit Versammlungen, Demonstrationen versandt wurden, in wie vielen Fällen ein ärztliches Attest vorgelegt wurde und wie viele Widersprüche es gab und welche Einnahmen die Landeshauptstadt dadurch hatte. Antwort Es wird keine Statistik im Sinne der Fragestellung geführt. Jetzt ergänze ich mal noch was aus der Erinnerung. Ich hatte also daraufhin nachgefragt, wie viel Geld die Stadt denn tatsächlich eingenommen hätte und nicht wie viel verhängt wurden. Und zwar, wenn man also diese 4100 Euro nimmt und teilt sie durch 82 Verfahren, wo die verschickt wurden, dann landet man bei 50 Euro. Und ich wollte also wissen, ob die Stadt dieses Geld auch schon eingenommen hat und diese Antwort wurde mir verwehrt und zwar mit einer längeren Mail des Chefs des Presseamtes Kai Schulz, der mir eine überaus freundliche Mail, die vor den Worten Respekt und Verständnis und gute Zusammenarbeit nur so gestrotzt hat und mit dem Hinweis versehen wurde, dass meine Presseanfragen doch sehr viel Arbeit machen und dass man doch irgendwie das nicht so gern sieht, dass ich so ausführliche Fragen stelle und wenn ich sie schon stelle, dann würden sie mir nicht zeitnah beantwortet werden und im Zweifelsfall gar nicht. Also seit April 82 verhängte Bußgeldverfahren, ob das Geld tatsächlich eingegangen ist, steht da nicht. 4100 Euro, wenn ich mal ein bisschen grob rechne, dann würde ich behaupten, das sind die Kosten, die der Stadt Dresden für einen einzigen Ordnungsamtsmitarbeiter pro Monat entstehen. Also die Einnahmen stehen mit den Ausgaben in gar keinem Verhältnis und außerdem kann die Stadt also nicht nachweisen, dass das zu irgendeiner Verhaltensänderung geführt hat. Also bei 560.000 Menschen und inzwischen 8 Monaten Mundschutzpflicht in ÖPNV und im Einzelhandel, ich finde die Zahlen stehen in keinem Verhältnis. So, ich mache das Video nicht mehr allzu lang und auf der anderen Seite, ich beende es einfach, damit es nicht zu lange wird. Aus und Ende.